Ich darf euch herzlich begrüßen, wie was uns da zuschauen, bei uns ein tollem Water Challenger. Wir sind vom Seniorenbund in Garflenz und wir sind glücklicherweise nominiert worden bei der Jägerschaft in Garflenz. Das freut uns natürlich, dass wir da dabei sind dürfen und wir haben uns eine schwierige Aufgabe genommen und zwar müssen wir da in den Bach jetzt rauf gehen bis zur Schuberbahn Ulm, weil dort werden wir natürlich unsere Jausen verzehren, die was die Jägerschaft gern hat. Aber schaut uns nicht, wir müssen da jetzt unser Werk vollbringen. Dann stürzen wir da hinein in die Flutten. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020